Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Ab es 9-11-2015. Du kannst nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen. Du kannst nicht auf dem Schneider. Und weiter. Wir müssen zur Lock. Okay, das ist echt gefährlich. Oh, shit. Okay. Da kommt ein Geländewagen. Gibt's gute Nachrichten? Nein. Nein. Das hättest du lieber nicht gut sein. Los, weiter vor. Bitte, dass wir auf dem Weg gehen sollen. Weiter nach vorne. Oh, die Penner halten uns auf. Wir müssen schneller sein. So geht's nicht. So geht's nicht. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Ich bin ein Wettbewerb. Los, weiter vor! Ich bin gespannt! Ich bin gespannt! Mit dem Tank komme ich nicht hoch. Es muss einen Weg geben. Ich sehe keinen. Nehmen Sie an der Kette, Waren. Sie sehen Sie. Halten Sie auf. Sie sehen uns nicht auf, Halt. Nein, wir haben. Wo hättest du noch den Weg gehen sollen? Weiß, Feuer! Ganz schön! Wir hätten nicht auf den Weg gehen sollen. Geschafft! Das war Aufregung. Das war nicht ohne. Auf Sie! Erledigt! Es ist vorbei! Wir dürfen nicht stehen bleiben. Wieder blockieren! Wir müssen dran vorbei. Joey, Achtung! Sie haben ein Geschwind. Halt den Krabbunden! Fuck! 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 Wir können ja vorbei! Na los! Nein! 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 Was ist los? Wir haben sie zugeschweißt! Shit! Hey! Pas warum heute? Denk nicht nach, was du tust, sondern tu es einfach. Komm schon! Schaffst du es? Ich bin auch zugeschweißt. Es muss noch einen anderen Weg geben. Wenn du eine Idee hast, ich bin ganz ohr. Ein Stellwerk. Was? Ein weichen Stellwerk. Wenn wir da hinkommen, können wir den Zug umleiten und uns Zeit verschaffen. Okay. Gut. Scheiße! Das hast du jetzt von deinem Regierenden. Hier! Juni! Jetzt Muito! Achtung! Los doch mal! Ihr Jungs könnt euch einfach nie in Ruhe lassen! Ich hab nicht viel Zeit. Was zum Teufel! Sam! Hey, Sam! Ach, du Scheiße! Wir müssen den Zug aufs andere Gleis wechseln! Wir sind hier! Sam! Sam! Ähm, wo ist ne Idee? Noch auf dem Zug! Wir müssen die Weiche stellen! Wir müssen den Zug aufs andere Gleis wechseln! 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 Okay! Da ist der Zug! Aber wie zur Hülle komm ich rauf! Vielleicht gar nicht drauf springen! Scheiße! Wo ist eine Rampe, wenn man sie braucht? Mehr Glück als Verstand! Oh mein Gott, die Brücke! Shit! Shit! Wo warst du so lange? Du musst deinem Zug kriegen, Süße! Tja, ich hab mich immer für einen geduldigen Mann gehalten. Aber ihr beide seid schon besonderer Abschau. Schamant! Das werd ich richtig genießen. Na los! Zeigt mir, was ihr könnt! Scheiße! Nachschlag gefällig! Verdammt! Du hättest mich nie verlassen! Mach ihn hier! Ihr riskiert euer Leben? Und wofür? Eine Stadt voller Bauern! Mann, du bist unerträglich! Das Blut der alten Könige fließt durch meine Adern! Mein Volk wird sich wieder erheben! Ich hab ihn hier! Kann ich das hier mal etwas draufmissen haben? Das ist mein Land! Was gibt es hier für euch überhaupt zu holen? Oh, die Frage ist, was du zu verlieren hast. Die Bombe? Ich kaufe mir eine neue. Ich brenne deine Stadt nieder, Dieben. Die Leute werden mich aufreden, sie sind ja unbekannte. Regine! Bringen wir es zu Ende. Abschauen! Abschauen! Stille! Hey, stay at this cash. Ich will dich leiden sehen. Ich werde dich töten. Nicht kämpfen. Man sollte wissen, wann man besiegt ist. Das ist dein Ende. Oh, shit. Ich kenne dich. Du bist kein... Mein Krieg wird in die Regierung stürzen. Die Schafe brauchen dann einen Hirn. Und du bist gestorben. Nein. Lieber sterbe ich tausendmal bevor ihr gewinnt. Ah, shit. Ein letzter Hinweis. Die Brücke. Platte halten und kämpfen. Bring dich zu Ende. Du bist Stück. Du hast alles verdorben. Einfach alles. Meine Reinigung wäre wunderschön gewesen. Warum bist du nicht gestorben? Wir sind hier fertig. Ihr glaubt, ihr habt gewonnen? Wir werden sich erheben. Wie der junge König hat auch ihr nichts erreicht. Wie du schon sagtest. Fortschritt verlangt auf. War nicht wahr? Fraser. Wir müssen hier weg. Du miese Stück Scheiße. No! Komm! Los! Was ist das? Los! Was ist das? Los! 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 Was ist das? Was ist das? Könntest du vielleicht mal raufklettern? Bitte? Verdammt! Oh, Sam! Geht da drauf, ich helfe euch! Oh, mein Gott! Das muss gehen, das behaupten alle! Komm, gleich hast du's! Danke! Wie zum Teufel seid ihr da rausgekommen? Tja, das hab ich selbst noch nicht ganz kapiert. Und, Asaph? Der war noch im Zug. Tja, hätte keinen netteren treffen können. Seht euch das mal an. Wow. Yep! Wir haben's geschafft. Wie war? Und? Wie geht's weiter? Mit Nadine Ross. Holst du dir Schorlein zurück? Eroberst den Waffenhandel? Ich bin fertig mit Schorlein. Echt jetzt? Echt jetzt. Wenn überhaupt, wollte ich vielleicht mit dieser Schatzjäger-Geschichte weitermachen. Ihr kennt keine sturen Egoisten, die vielleicht einen Partner brauchen. Also... Nicht du. Okay. Äh. Sorry, ich arbeite nur mit Profis. Wo ist der Schuss, San? Habt ihr... Oh mein Gott! Was, Sir? Ich verarsche euch nur. Bitteschön. Dein Gesicht... Au! Okay! Oh man. Das war meine letzte Fluppe. Mann, ist der schön. Ja. Wie viel... Wie viel meint ihr, kriegen wir für das Schätzchen? Tja... Bestimmt zahlt uns das Kultusministerium einen... großzügigen... Kinderlohn. Stimmt's? Partner? Ellbogen. Hm. Ahaha. Ihr seid echt zum Schießen. Das Kultusministerium. Oh mein Gott, ihr meint es ernst. Ganz close close to the system. Yeah. Come on, we say. Hm. Ich hab's. Privat. Sammler. Hä? Hört mir mal kurz zu. Ich... Ich verstehe ja echt, dass die ganze Sache auch eine moralische Frage ist. Wirklich. Ich bin da ganz eurer Meinung. Aber können wir nicht... Verdirbt den Moment nicht. Ich bin da ganz eurer Meinung. Aber können wir nicht... Verdirbt den Moment nicht. Verdirbt den Moment nicht.